Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Die AirPods Pro, die sind ja jetzt nun auf dem Markt und ich habe die letzte Woche einfach mal genutzt, um die AirPods Pro so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, auf Reisen, im Alltag generell und so weiter. In diesem Video soll es nun um das Fazit zu den AirPods Pro gehen und ich möchte auch noch kurz auf die normalen AirPods eingehen, ob sich hier ein Upgrade lohnt oder wenn die gerade vielleicht vor der Frage steht, was soll ich kaufen, welche da in Frage kommen. Also bleibt dran, let's go. Vor den AirPods Pro habe ich übrigens die AirPods der ersten Generation benutzt, sind also schon so ein bisschen älter. Bei den alten AirPods hat mir super gefallen, dass sie extrem kompakt sind, aber was mir gefehlt hat, ist halt ein Noise Cancelling. Deswegen habe ich auf Reisen meistens die Sony WH-1000X Mark III mitgenommen, sind over ihr Kopfhörer, aber halt nicht sonderlich kompakt. Deswegen war ich extrem gespannt, was so die neuen AirPods Pro können, da sie halt Noise Cancelling und die Kompaktheit sozusagen kombinieren. Das Gehäuse der AirPods Pro ist so ein bisschen schmaler geworden, aber dafür etwas länger. Hängt auch natürlich mit der Bauform der AirPods zusammen, denn dieser Stiel, sag ich jetzt einfach mal so, der aus dem Ohr raushängt, der ist jetzt nicht mehr so lang wie beim vorherigen AirPods. Das gefällt mir persönlich auf jeden Fall deutlich besser. Es sieht einfach nicht mehr so aus, als wenn man einen Zahnbürstenkopf im Ohr hätte, sondern es passt einfach so ein bisschen besser, finde ich. Klar, das Design ist und bleibt natürlich Geschmackssache. Ich kann natürlich viele Leute verstehen, die sagen, ne, das Design kann ich mir einfach nicht antun. Ich muss persönlich sagen, mir gefällt es auf jeden Fall deutlich besser als es die normalen AirPods. Die AirPods Pro sind ja nicht mal komplett aus Kunststoff, sondern man hat hier vorne so In-Ear-Aufsätze. Die lassen sich natürlich auch anpassen, da sind verschiedene im Lieferumfang dabei. In meinem Fall passen die Standard-Aufsätze wirklich super. Es gibt übrigens auch in den iOS-Einstellungen einen Test zur Passform der Aufsätze. Diesen kann man einfach machen, empfehle ich euch auf jeden Fall auch. Da wird einfach so ein kleiner Soundtrack durchlaufen und da wird durch die Mikrofone dann in den AirPods geguckt. Gut, passen die Aufsätze oder gibt es bessere, passt die Abstimmung und so weiter. Finde ich auf jeden Fall auch gut, dass man das direkt so testen kann. In meinem Fall nutze ich die Standard-Aufsätze und ich muss sagen, die AirPods sitzen in meinem Fall auf jeden Fall extrem angenehm. Ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass sie irgendwie nach einer Zeit störend wirken oder dass ich sie aus dem Ohr raus haben will. Sondern auch wenn ich jetzt auf einer langen Reise bin, irgendwie im Zug von Hamburg nach Frankfurt und so weiter, dann kann ich jetzt auch ohne weiteres die Musik oder Podcasts, was auch immer, über die AirPods hören. Da habe ich wirklich keine Probleme mit. Dann kommen wir jetzt aber wohl zur wichtigsten Neuerung und das ist das Active Noise Cancelling, also die aktive Geräuschunterdrückung. Hier werden jetzt durch die Mikrofone, welche jetzt in den AirPods verbaut sind, pro Sekunde bis zu 200 Mal die Außengeräusche aufgenommen und erkannt. Und dann werden sozusagen diese invertiert, also in Gegenschall umgewandelt. Und so entsteht dann halt das Noise Cancelling. Und hier muss ich sagen, ich war wirklich erstaunt, wie gut das Noise Cancelling funktioniert. Ich habe ja wie gesagt sonst die Sony Over-Ear Kopfhörer mit einem Noise Cancelling benutzt. Die sind natürlich deutlich, deutlich größer. Aber was diese AirPods aufgrund dieser Kompaktheit an Noise Cancelling haben, das hat mich wirklich umgehauen. Wenn man jetzt also im Flugzeug ist oder im Zug sitzt, da hat man ja ständig dieses Brummen oder das Schienengeräusch. Das wird dann auch sehr gut rausgefiltert. Wenn man jetzt eine stark schwankende Geräuschkulisse hat, wie zum Beispiel jemand lacht laut oder man hört vielleicht hier und da mal wie ein Hupen oder andere Geräusche, die hört man dann jetzt deutlich gedämpfter. Man nimmt sie auch noch so ein bisschen wahr, finde ich auch ganz gut. Aber das ist jetzt nicht so, dass man jetzt hermetisch komplett abgeriegelt ist von der Außenwelt. Dann gibt es hier aber auch noch verschiedene Modi beim Noise Cancelling. Und zwar kann man das Noise Cancelling einmal komplett deaktivieren, also aufschalten, dann hält auch der Akku länger oder man schaltet einen Transparenzmodus an. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Durchsage im Flugzeug oder im Zug anhören möchte oder generell im Straßenverkehr vielleicht unterwegs ist und hören möchte, was um einen herum so los ist, dann sollte man auf jeden Fall den Transparenzmodus wählen. Was mir auch noch aufgefallen ist beim Musikhören mit den AirPods Pro, wenn das Noise Cancelling an ist, ich hatte es eigentlich zu 99% der Zeit immer an, man hört leiser Musik. Ist also auch so ein bisschen schonender für die Ohren, finde ich auch einen wichtigen Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Bei beiden AirPods hat man jetzt übrigens eine Taste. Hier kann man jetzt breiweise das Lied pausieren, zum nächsten oder auch vorherigen Lied springen oder man kann den Modus ändern, also Noise Cancelling an oder Noise Cancelling aus. Hier muss ich sagen, die ganze Steuerung habe ich aber meist eigentlich alles über das iPhone gemacht, sei es zum nächsten Lied springen oder den Song nochmal anhören und so weiter. Das habe ich jetzt nicht über die Buttons beim Airpods gemacht, sondern halt über das iPhone, da ich das irgendwie so ein bisschen einfacher finde, als wenn man hier immer so ein bisschen rumdrücken muss. Geht natürlich auch, war jetzt nur meine persönliche Empfindung. Kommen wir jetzt nochmal zum Klang und hier muss ich sagen, dieser hat sich im Vergleich zu den ersten AirPods nochmal verbessert. Liegt natürlich auch an dem Active Noise Cancelling. Der Sound wirkt einfach nochmal deutlich voluminöser mit mehr Bass, aber ich finde die Höhen, die könnten auch so ein bisschen prägnanter sein. Das hat mir so ein bisschen gefehlt beim Sound, aber ich muss sagen, der Sound hat sich auf jeden Fall nochmal deutlich verbessert im Vergleich zu den normalen AirPods und ich denke mal für die meisten von euch wird er mehr als ausreichen. Kommen wir dann zu guter Letzt nochmal zum Thema Akku und in einer Stunde verbrauche ich bei angeschaltetem Active Noise Cancelling gut 20% Akku. Ist eigentlich ein recht guter Wert, aber ist auch nicht mega heftig. Kann ich aber auf jeden Fall mit leben, denn nach vier Stunden durchgehend Musik hören, brauche ich da irgendwie auch auf jeden Fall nochmal eine Pause. Ansonsten kann man natürlich die AirPods auch kurz dann wieder in die Ladeschale packen und hat dann wieder eine gute Zeit Akku. Kommen wir nun also zum Fazit von den AirPods Pro und hier muss ich sagen, im Alter kam sie mir extrem gut gefallen. Man hat hier sehr kompakte Kopfhörer, sie sehen besser aus meiner Meinung nach als die normalen AirPods und das Active Noise Cancelling hat mich wirklich umgehauen. Auch in Sachen Sound machen sie eine gute Figur, die Höhen könnten vielleicht noch so ein bisschen kräftiger sein, aber alles in einem kriegt man hier auf jeden Fall ein gutes Gesamtpaket. Stellt sich also nun die Frage, lohnen sie sich, wenn man jetzt schon die normalen AirPods der ersten Generation oder der zweiten Generation hat? Und hier muss ich sagen, technisch lohnt sie das Ganze auf jeden Fall, gerade wegen Active Noise Cancelling. Übrigens bei den AirPods Pro ist das Case auch wireless fähig, das heißt man kann es kabolos aufladen. Ist natürlich der negative Punkt der Preis. UVP liegt hier bei 280 Euro, ich habe es jetzt aber auch schon öfters mal im Angebot bei MyDeals für 250 Euro gesehen, also gut 30 Euro weniger. Ist natürlich dann schon mal deutlich interessanter. Das sollte natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob einem das Ganze einen solchen Preis wert ist. Also technisch lohnt es sich auf jeden Fall, das Upgrade zu machen, finde ich. Aber wenn man jetzt nicht gerade vor kurzem neue AirPods, also die normalen AirPods geholt hat, dann würde ich sagen, bleibt erstmal bei den AirPods. Die sind wirklich ebenfalls natürlich klasse Geräte und dann könnt ihr vielleicht nächstes Jahr upgraden oder wünscht euch das vielleicht zu Weihnachten und so weiter. Aber ansonsten kann ich sagen, sie sind natürlich teuer und wenn man jetzt schon bei den AirPods der zweiten Generation gesagt hat, oh ne, das ist mir viel zu teuer. Ja, dann muss man natürlich gucken, ob einem das Ganze die 280 oder 250 Euro wert ist, gibt es öfters mal wie gesagt im Angebot. Ansonsten die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, wie ihr so zu dem AirPods Pro steht. Das war jetzt wie gesagt so mein Fazit nach einer Woche im Alltag. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich unten. Bis dann, macht's gut. Ciao.